UNTERTITELUNG Sergeant, ich glaube, wir sind verloren. Ich weiß den Weg. Hill 193 ist da. Hill 2... Hast du die Schüsse gehört? Das war eine Tommy Gun. Woher bist du ein bisschen zwischen Tommy Gun? Fang mal ein bisschen besser auf alles aufzupassen, ja? Wir sind jetzt im richtigen Krieg, mein Freund. Auf und auf! Ist das jetzt richtig gefährlich? Was ist denn da hinter dem Hügel? So, there's two things in life. You're gonna feel pain as you grow up. You're gonna panic. You're gonna hate the world. You're gonna want to give it all up. You're gonna want to give it all up. And this is gonna continue for the rest of your life. What was the second thing you said? What was the second thing you said? You can handle it. All of it. You can do so. So, I want to scare you. You're gonna try to get a whole lid of the world. And that's the whole lid. And so we're gonna get a whole lid. Vielen Dank.